Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video werde ich euch erklären, wie ihr euch auf ein 1000 Euro Stipendium von Schüleraustausch bewerben könnt. Und alles, was ihr dazu braucht, ist in diesem Video. Die Exchange Community möchte dir die Möglichkeit geben, deinen Schüleraustausch zu verwirklichen, denn wir vergeben viermal im Jahr das Exchange Stipendium. Das Exchange Stipendium ist in der Höhe von 1000 Euro und man kann sich das ganze Jahr dran bewerben. Das 1000 Euro Stipendium geht an alle, die sich gerade momentan für einen Schüleraustausch interessieren und auch einen Schüleraustausch machen möchten. Du kannst dich auf das Stipendium bewerben, sowohl nachdem, als auch währenddessen du eine Organisation suchst. Der Mindestaufenthalt deines Schüleraustausches muss ein Schulhalbjahr sein und das Exchange Stipendium ist nicht mit einem Vollstipendium kombinierbar. Bewirb dich jetzt mit deinem kreativen Beitrag. Es kann ein Podcast sein, es kann ein Video sein, es kann eine Fotostrecke sein. Ganz egal, ein Text und folge uns auf Instagram, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Unsere Jury, bestehend aus ehemaligen Austauschschülern, wird dann alle Beiträge sehen und lesen und anhören und dann den kreativsten Beitrag heraussuchen. Nach dem Einsendeschluss wird in wenigen Tagen auf dieser Seite der Gewinner bekannt gegeben und alle Bewerber werden auf jeden Fall eine Rückmeldung per E-Mail bekommen. Wir freuen uns auf deinen kreativen Beitrag. Folge uns auf unserem Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.